Herzlich Willkommen bei diesem Capstone Video zum Thema Bruchrechnen. Die vorliegenden drei Rechnungen werden unser ganzes Wissen über Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren von Brüchen abverlangen. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich an die Vorrangregeln halten, also Klammer vor Punkt vor Strichrechnung. Probieren wir es aus. Beispiel Nummer eins, ein halb mal zwei Drittel minus ein Fünftel, zwei Drittel minus ein Fünftel ist in Klammer. Wir müssen also mit der Subtraktion beginnen. Also ein halb mal und jetzt erinnern wir uns daran, wie wir Brüche subtrahieren. Brüche lassen sich nur dann subtrahieren, wenn sie den gleichen Nenner haben. Wir müssen also zwei Drittel und ein Fünftel auf den gleichen Nenner bringen. Der gemeinsame Nenner von 3 und 5 ist 15. Das heißt, wir können zwei Drittel auf 10 Fünftel und ein Fünftel auf 3 Fünftel erweitern und dann subtrahieren. Wir erhalten ein halb mal sieben Fünftel und müssen nun die beiden entstehenden Brüche multiplizieren. Fürs Multiplizieren gilt eine völlig andere, aber deutlich einfachere Regel. Beim Multiplizieren wird einfach Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multipliziert. 1 mal 7 ist 7, 2 mal 15 ist 30. Und ich habe vorher noch kontrolliert, dass in 1 mal 7 und 2 mal 15 keine gemeinsamen Faktoren auftreten und wir kürzen hätten können. Beispiel 2. Die Aufgabe lautet, 4 Fünftel minus 2 durch 3 halbe zu dividieren. Auch hier starten wir wieder mit der Klammer. In dem Fall 4 Fünftel minus 2. Die Regel ist dieselbe. Wir müssen auf gemeinsamen Nenner erweitern. Der gemeinsame Nenner gibt nur einen ist Fünftel. Also 4 Fünftel minus und 2 sind 10 Fünftel und die werden dividiert durch 3 halbe. 4 Fünftel minus 10 Fünftel ist eine negative Bruchzahl. 4 minus 10 ist minus 6. Wir erhalten also minus 6 Fünftel dividiert durch 3 halbe. Wie dividieren wir aber nun durch eine Bruchzahl? Die Regel lautet, wir führen diese Division zurück auf eine Multiplikation. Also minus 6 Fünftel wird multipliziert mit dem Kehrwert von 3 halbe und der Kehrwert von 3 halbe ist 2 Drittel. Und bevor wir diese Multiplikation ausführen, versuchen wir noch zu kürzen. 6 und 3 lassen sich beide durch 3 kürzen. Wir halten 2 und 1 als Faktoren im Zähler und im Nenner. Und damit ist das Ergebnis 2 mal 2 durch 5 mal 1, also 4 Fünftel. Bleibt noch Beispiel Nummer 3. Auch hier gilt wieder Klammer vor der Punktrechnung, also vor der Multiplikation mit 1 halb. Allerdings haben wir in unserer Klammer nun noch zusätzlich eine Multiplikation. Diese Multiplikation hat nun wieder Vorrang vor der Subtraktion. Wir müssen also zuerst 4 mal 2 Drittel rechnen. Eine ganze Zahl multipliziert mit einem Bruch multipliziert man am einfachsten so, dass wir den Zähler mit 4 multiplizieren. Wir erhalten also in einem ersten Schritt 6 minus 4 mal 2 ist 8, 8 Drittel und mal 1 halb bleibt noch unangetastet. 6 minus 8 Drittel. Wir bringen wieder alle Brüche auf gemeinsamen Nenner, also hier auf Drittel in der Klammer. 18 Drittel minus 8 Drittel mal 1 halb lautet also die Rechnung. 18 Drittel minus 8 Drittel ist offensichtlich 10 Drittel mal 1 halb. Auch hier kürzen wir wieder, bevor wir die Multiplikation tatsächlich ausführen. 10 durch 2, 2 durch 2 gekürzt ergibt 5 und 1. Übrig bleibt 5 mal 1 durch 3 mal 1. Das Ergebnis ist also 5 Drittel. Und damit haben wir alle drei Rechnungen auch schon gelöst.